Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei BASE TV. Heute mit mir, Ruby. Und zwar werde ich euch heute einfach ein bisschen was darüber erzählen, was ich die letzten Jahre hier so an der Berlin School of Arts erlebt habe. Und zwar hat alles eigentlich damit angefangen, dass meine richtige Schulkarriere losging, indem meine beste Freundin Toni eben an die Schule kam und sie damals die neue war. Und wir uns am Anfang zwar nicht ganz so gut verstanden haben, aber dann natürlich ganz schnell beste Freunde geworden sind. Und dann gab es natürlich auch noch Yannick. Ich war so lange in Yannick verliebt. Und dann habe ich aber doch gemerkt, dass er doch eher was für Toni ist, wie ihr das wahrscheinlich auch alle so seht. Und das Coolste war natürlich, als dann vor zwei Jahren auch Vincent Weiss an der Schule war und ich vor ihm singen durfte. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig cool, ihn kennenzulernen. Oder auch als Lisa und Lena an der Schule waren oder als Zedlef die Soest kam oder auch Namika. Ich und Namika sind ja jetzt so dank Guss. Und dann kam natürlich im nächsten Jahr auch schon Luke an die Schule. Ich meine, ich und Luke, wir haben uns einfach ineinander verliebt. Und dann waren wir ja sogar zusammen. Leider hat es nicht geklappt. Aber jetzt sind wir eben beste Freunde. Und das ist auch total cool. Natürlich war es nicht so toll, als wir uns dann getrennt haben. Aber manchmal ist es halt einfach so. Und mit meiner Schwester Lotte verstehe ich mich seitdem ja auch viel besser, seitdem wir zusammen auf einer Schule sind. Natürlich haben wir jetzt am Anfang viel gestritten. Aber wir sind einfach richtig coole Schwestern zusammen. Und ich habe sie auch total lieb. Genau wie alle meine anderen Freunde. Egal ob Toni, Asra oder auch Tim, der jetzt auch neu an der Schule ist. Und natürlich auch Luke und alle anderen. Ja, deswegen, mir gefällt es hier super an der Berlin School of Arts. Und das waren so meine Highlights aus dem letzten Jahr. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal ein. Und ich freue mich auf dich, dich, dich und dich. Hier bei BASE TV.